Musik Es gilt erstmal ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Musik Diese neue Gesellschaft zu schaffen, den neuen Menschen zu schaffen, für die Versöhnung und Menschen in der Natur tätig zu werden. Musik Für die Versöhnung und Menschen in der Natur tätig zu werden. Musik Musik Für die Versöhnung und Menschen in der Natur tätig zu werden. Musik Musik Es gilt erstmal ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Musik Für die Versöhnung und Menschen in der Natur tätig zu werden. Musik 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 Für die Versöhnung und Menschen in der Natur tätig zu werden. Musik 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 Für die Versöhnung und Menschen in der Natur tätig zu werden. Musik 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 Es gilt erstmal, ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Eine Mehrheit dieser bestehenden Bevölkerung ist bewusst geworden in einem langen Prozess von Aufklärung und Aktion. Eine Mehrheit dieser bestehenden Bevölkerung, ist bewusst geworden in einem langen Prozess von Aufklärung und Aktion. Und was soll es bedeuten, als einzelne Antworten zu denen, wenn die gesamte selbstverständliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt? Diese neue Gesellschaft zu schaffen, den neuen Menschen zu schaffen, für die Versöhnung von Menschen in der Natur tätig zu werden. Diese neue Gesellschaft zu schaffen, den neuen Menschen zu schaffen, für die Versöhnung von Menschen in der Natur tätig zu werden. Die Eigenpersonale Vielen Dank.